Ihr könnt mich mal alle... Ja. ...gern haben. Ich wollte nicht, dass du das so erzählst. Aber wir haben dich doch gern, Sonja. Oder? Ja. Ja. Und wie nett wir miteinander musiziert haben. Die Darstellung des jungen Mädchens, das innerhalb der Familie auch von den Glaubenskonflikten nicht verschont wird, gelingt ihr so exzellent, dass sie 1977 dafür den Bambi als beste Nachwuchsdarstellung erhält. Das ist ganz gut. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Einer mit dem klaren Verstand muss ja dabei sein. Wenn du die 60.000 Mark verlierst, weißt du wohl, was ich dann verliere? Deswegen sage ich immer, diese Welt ist nicht zum Aushalten. Jochen, ich bin mir so schwer, das ist nicht zu tun. Ich bin ein Schmerz, das ist nicht zu tun. Ich bin ein Schmerz, das ist nicht zu tun. Gemein. Ich. Wahrscheinlich haben es alle gewusst. Aber doch, wir haben ein Standesstück. Lass mich wohl loswerden. Ich muss weg. Darüber diskutieren wir noch. Du diskutierst das und wer die besseren Argumente hat, hat gewonnen. Ich habe keine Verdammungsstürmer. Ich habe aber keine Verdammungsstürmer. Das war kein Unfall. Das war Macht. Ja, ich habe es getan. Es war ein bisschen langsamer leider geklappt. Danke. Ah, aber doch. Ich habe sie wenigstens gelächelt. Ja, ja. Es war rein dienstlich. Sie fühlen sich nicht so schlecht. Sie haben gesagt, ich war es mal nicht. Das habe ich mir auch gemacht. Das wird dann aber noch mal feiern. Natürlich haben sie den Job. Der Schutzengel von Starlet ist gut so. Die Lehne reicht nicht. Was soll denn dieser Auflauf hier? Hat hier nichts zu tun? Ich bin der Nachbar. Ich bin der Nachbar. Das ist ja gar nicht so gut. Ich bin der Nachbar. Ich bin der Nachbar. Ich bin der Nachbar. Ich bin der Nachbar. Die sind wahrscheinlich noch in meinem Koffer. Und vielen Dank noch für deine große Hilfe. Dieser Hut, von wem ist der? In der ersten Nacht nannst du nicht mal gut das Feuer. Beklage dich jetzt nicht, wenn ich brenne. Ich. Haben Sie sie geboren? Das fragt man eine Dame nicht.